Kaffee ist mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von rund 5,5 Kilogramm jährlich eines der beliebtesten Getränke der Deutschen. Für viele ist die Tasse Kaffee am Morgen unverzichtbar. Und da ist es natürlich schön zu wissen, dass die größte Metastudie zu Kaffee mit fast 4 Millionen Probanden gezeigt hat, dass der Kaffeekonsum zu einer deutlich verringerten Gesamtmortalität, also zu einer verringerten Sterblichkeit an diversen Erkrankungen geführt hat. Bei ca. 3,5 Tassen pro Tag war das relative Risiko am geringsten. Aufgrund dieser Ergebnisse haben sich Wissenschaftler der Universität Graz und Paris näher mit den Wirkungen des Kaffeekonsums beschäftigt und haben dabei einen möglichen Grund für die präventive Wirkung des Kaffees gefunden. Kaffee hat sich nämlich als potenter Auslöser für die Autophagie, das zelluläre Recyclingprogramm unseres Körpers, herausgestellt. Heute möchte ich dir die Ergebnisse der Untersuchung mal vorstellen und in dem Zusammenhang auch darauf eingehen, worauf du beim Kaffee achten solltest, um auch wirklich gesundheitlich zu profitieren. Für die, die gerade zum ersten Mal von der Autophagie gehört haben, möchte ich aber noch einmal kurz erläutern, was man sich darunter vorstellen kann. Autophagie ist definiert als ein intrazellulärer Prozess, also ein Prozess innerhalb jeder einzelnen Körperzelle, bei dem zelleigenes Material wie vielgefaltete Proteine oder sogar ganze Zellorganellen abgebaut werden. Den Ablauf dieses Abbauprozesses sieht man hier ganz gut anhand der Makroautophagie, das ist der Hauptautophagieprozess. Um das abzubauende Zellmaterial herum, bildet sich zunächst aus Proteinen und Lipiden eine Doppelmembran. Sobald diese Membran das Zellmaterial vollständig eingeschlossen hat, spricht man von einem sogenannten Autophagosom. Das Autophagosom fusioniert dann mit einem Lysosom zu einem Autophagolysosom. Das Lysosom ist ein Zellorganell, welches Enzyme zum Abbau körpereigener und körperfremder Stoffe enthält. Bei der Fusion mit dem Autophagosom gibt das Lysosom diese Enzyme ab und die Enzyme lösen das Zellmaterial dann schließlich auf. Das Zellmaterial wird aber nicht nur abgebaut, sondern gleichzeitig recycelt, sodass daraus neue Energie gewonnen werden kann. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass ausschließlich beschädigtes Zellmaterial im Rahmen der Autophagie abgebaut wird. Also falsch gefaltete Proteine oder Zellorganellen, die ihre Funktion sowieso nicht mehr richtig erfüllen und sich sonst angehäuft und früher oder später schädlich ausgewirkt hätten. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass sich der Abbaualter und die Bildung neuer Zellkomponenten im Gleichgewicht befinden. Dieses Gleichgewicht ist jedoch oftmals gestört, weil die Autophagie zwar auf einem geringen Level kontinuierlich aktiv ist, aber erst in Stresssituationen richtig in Schwung kommt. Diesen Stressoren wie Fastenphasen und intensive körperliche Aktivität sind wir durch unseren heutigen Lebensstil immer seltener ausgesetzt. Und dazu kommt, dass die Autophagie im Rahmen des Alterungsprozesses sowieso immer weiter zurückgeht. Insofern kann es durchaus ratsam sein, die Autophagie gezielt anzuregen. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist der Kaffeekonsum eine Möglichkeit hierfür. Kaffee hemmt nämlich den sogenannten MTOR-Signalweg. MTOR ist ein Enzym, welches als Sensor für den Energiestatus der Zelle fungiert. In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Wachstumsfaktoren, Nährstoffen und zellulärer Energie in Form von ATP, reguliert MTOR unter anderem die Autophagie. Bei hoher Verfügbarkeit von Nährstoffen und Wachstumsfaktoren wird MTOR aktiviert. Das fördert Anabole-Prozesse und hemmt Katabole-Prozesse wie die Autophagie. Bei Nahrungsmangel hingegen wird MTOR gehemmt und die Autophagie somit gefördert. Ein Nahrungsmangel liegt natürlich gerade dann vor, wenn wir über einen längeren Zeitraum nichts essen, also fasten. Dementsprechend ist Fasten der Faktor, der MTOR am stärksten hemmt und gleichzeitig die Autophagie am stärksten fördert. Jetzt habe ich ja gerade schon angesprochen, dass Kaffee ebenfalls MTOR hemmt. Kaffee ahnt somit die Wirkung einer Kalorienrestriktion nach. Das hat sich darin gezeigt, dass es bei Mäusen, die Kaffee verdünnt über ihr Trinkwasser bekommen haben, zu einem signifikanten Anstieg der Autophagie gekommen ist. Bereits vier Stunden nach dem Kaffeekonsum wurde die Autophagie in allen untersuchten Organen, in der Leber, in der Muskulatur und im Herzen signifikant angekurbelt. Besonders interessant ist dabei, dass man zusätzlich die Wirkung von entkoffeiniertem Kaffee getestet hat. Und dabei hat man, wie hier ersichtlich festgestellt, dass der entkoffeinierte Kaffee ähnlich effektiv war wie der koffeinhaltige Kaffee. Was zeigt, dass das Koffein nicht der entscheidende Stoff ist, der die Autophagie anregt. Die Wissenschaftler vermuten, dass die im Kaffee enthaltenen Polyphenole für die Wirkung verantwortlich sind. Und das ist ein Faktor, den wir uns zunutze machen sollten. Gerade bei regelmäßigem Kaffeekonsum ist der Koffeingehalt meiner Meinung nach ein großer Negativpunkt des Kaffees. Koffein ist nämlich kein Nährstoff, der uns Energie liefert, sondern ein Stimulans, mit dem wir unser Leistungskonto kurzfristig überziehen können, indem wir dem Körper vortäuschen, dass gerade eine Stresssituation vorliegt. Das ist kurzfristig kein Problem, kann aber bei regelmäßig hoher Dosierung, die sich bei täglichem Kaffeekonsum einstellt, zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Außerdem kann sich schnell eine Abhängigkeit bilden, was bei vielen Kaffeetrinkern dazu führt, dass sie ohne den Kaffee am Morgen gar nicht mehr richtig wach werden. Insofern ist es super, hier zu sehen, dass wir ebenso gut auf entkoffeinierten Kaffee setzen können. Worauf wir auf jeden Fall achten sollten, ist den Kaffee schwarz zu trinken. Zum einen aufgrund der enthaltenen Kohlenhydrate in der Milch und im Zucker. Diese wirken sich nämlich aktivierend auf MTOR aus und wirken somit den Polyphenolen des Kaffees entgegen. Zum anderen konnten die Wissenschaftler in einer parallel durchgeführten Studie feststellen, dass die Aminosäure Methionin, welche verstärkt im tierischen Protein und somit auch in der Kuhmilch vorkommt, die Autophagie hemmen kann, beziehungsweise positiv formuliert eine Methionin-Restriktion, die Autophagie fördert. Fassen wir die Erkenntnisse noch einmal kurz zusammen. Es hat sich gezeigt, dass Kaffee schon in herkömmlichen Mengen ziemlich schnell nach dem Konsum dazu in der Lage ist, die Autophagie anzuregen und das unabhängig vom enthaltenen Koffein. Kaffee ahmt dabei die Wirkung einer Kalorien-Restriktion nach, allerdings nur, wenn er schwarz getrunken wird. Eine Sache ist mir an der Stelle wichtig zu sagen. Auch wenn Kaffee die Autophagie fördern kann, heißt es nicht, dass wir uns jetzt mit Kaffee zuschütten sollen. Denn die MTOR-Hemmung, die letztendlich zur Autophagie-Aktivierung führt, ist zwar punktuell wertvoll, aber nicht als grundsätzlich erstrebenswerten Zustand anzusehen. Ein gesunder Organismus braucht sowohl MTOR-Aktivierung als auch MTOR-Hemmung in natürlichen Zyklen. Die Aktivierung von MTOR fördert das Zellwachstum und die Wundheilung. Die Hemmung von MTOR reduziert Entzündungen und fördert Reparaturvorgänge wie die Autophagie. Das heißt, es geht im Endeffekt nur darum, das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen, was aber eben oftmals gestört ist, weil Faktoren wie eine ständige Nahrungsaufnahme, fehlende Hungerphasen und die fehlende Aufnahme von MTOR-hemmenden Substanzen über die Nahrung zu einer Überaktivierung von MTOR führen können. Wenn du jetzt erfahren möchtest, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, um die Autophagie anzuregen, dann schau dir gerne mal das Video an, das ich dazu hochgeladen habe. Das verlinke ich dir mal oben rechts in den Infokarten. Ansonsten abonnier auch sehr gerne meinen Kanal für mehr spannende Infos rund um einen gesunden Lebensstil. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.